Future Skills sind spannend und komplex. Was sind diese sogenannten Future Skills? Und was könnt ihr jetzt konkret tun, um die Herausforderungen der digitalen Zukunft zu meistern? Das erfahrt ihr in meinem Vortrag. Lasst uns beim Aufstiegskongress gemeinsam die Zukunft ein Stück weit gestalten. Sichert euch noch heute eure Tickets. 2. 4. 10. 15. 15.